Was haben diesen zwei Gins und diese zwei Tonics gemeinsam? Mehr dazu in meinem Video. Herzlich Willkommen liebe Gin Tonic Freunde hier aus dem Gin Tonic Newsroom. Heute präsentiere ich euch die perfekten Gin Tonics aus Spanien. Nämlich als erstes den Le Tribut, ein wirklich genialer Gin, er ist Marktführer in Spanien und das Besondere ist schon mal allein die Flasche, ein wunderschönes Design und er ist aus sieben Botanicals mazeriert und das Besondere dabei ist, dass vor allem Zitrusfrüchte und die Cunquat, diese Botanicals werden einzeln mazeriert und erst danach mit einer Weizenspiritose noch einmal destilliert. Das ist ein ganz besonderes Verfahren, was die Spanier da anwenden und natürlich dazu passend das Le Tribut Tonic, ein leicht bitteres Tonic, Zitrusfrüchte kommen sehr gut raus, auch hier wird ein Lemongrass verarbeitet, so wie auch im Gin und das Besondere ist hier auch der Rosmarin Geschmack, der diesen mediteranen Flair ein bisschen hineingibt. Am besten zum Trinken natürlich im Gin Tonic mit einer Zitronenschale und ein Stück Rosmarin, das schmeckt wirklich sensationell. Einer meiner Lieblingszin, der Gin Mare, auch aus Spanien, auch hier ein unglaubliches Design, die Flasche wunderschön mit diesem schönen Stöpsel oben. Übrigens, diesen Stöpsel könnt ihr auch als Messbecher verwenden, wenn ihr ihn umdreht, ist es die perfekte Kombination für das Gin Tonic. 5CL sind hier drinnen, also schmeckt wirklich sensationell gut. Er kommt wie gesagt aus Spanien und zu den klassischen Botanicals werden hier vier mediterrane Botanicals dazugegeben, die Oliven, der Basilikum, der Rosmarin und der Thymian und dieser mediterrane Geschmack, der hebt sich ganz klar von allen anderen Gins ab und das macht ihn auch so besonders und international erfolgreich. Er ist wirklich weltweit mittlerweile überall zu haben und egal wo ich bin auf dieser Welt, er ist sicher immer einer, den ich als erster bestelle. Auch hier werden die einzelnen Botanicals 300 Tage lang Alkohol eingelegt und erst dann wird er gemeinsam mit dem Reinalkohol destilliert und so kommt das wunderbare Produkt heraus. Also wirklich jede einzelne 300 Tage, das ist wirklich einzigartig und man spürt es auch im Geschmack. Dazu passend, das 1724 Tonic Water vom gleichen Hersteller, ein spanisches Tonic, perfekt abgestimmt. 1724 deshalb, weil die China-Rinde, die in diesem Tonic verarbeitet wird, aus den Anden kommt und auf 1724 Meter geerntet wird. Das ist das Besondere hinter dem 1724 Tonic und natürlich die perfekte Kombination, wenn ihr 1724 Tonic Water mit Gin Marien ein Gin Tonic verarbeitet, dann gebt eine Olive hinein und einen Rosmarin, den ihr vorher kurz flambiert, ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Das war's von meiner Seite, willkommen, wir sehen uns beim Vienna Gin Festival, euer Gin Tomic.